Die Schweiz hat 48 Viertausender, verteilt auf die Bündner, Berner und Walliser Alpen. Ich bin Markus Walter, 22 Jahre alt und mein Plan ist es, der Jüngste zu werden, der diese 48 Prestige Gipfel jemals bestiegen hat. Bisher hält diesen Rekord ein Walliser Bergführer, welcher 2011 im Alter von 25 Jahren mit der Jungfrau den letzten dieser Gipfel bestieg. Bisher konnte ich 26 dieser 48 Gipfel besteigen. Einige davon allein, andere zusammen mit einem Partner. Darunter unter anderem das Zinalrothorn im Schneesturm, die mächtige Dornblanche oder berühmte Gipfel, wie die Jungfrau, das Matterhorn, die Düvorspitze, den Dom oder den Piz Bernina. Bei diesem Projekt gilt es, exponierte Klettereien bis zum oberen vierten Schwierigkeitsgrad, steile Eisflanken, Fletscherbrüche und grosse vertikale Distanzen zu überwinden. Hierbei bin ich sowohl im Sommer mit Bergausrüstung, wie auch im Winter mit den Ski unterwegs. In beiden Jahreszeiten bevorzuge ich die Light and Fast Methode. WDR mediagroup GmbH im Auftrag von WDR WDR Untertitelung des ZDF, 2020